Es war ihr Großvater, also ihr Großvater väterlicherseits. Sie hat sich gewundert, natürlich jetzt gewundert, es war es nicht versehen, war es Absicht, was will mein Urgroßvater von mir? Und woher weiß er überhaupt, dass ich in seiner Zeit gefangen bin? Dieses Bild, dass er mich verfolgt, das hat so viele Ungereimheiten, zu viele Lücken. Also, was soll ich tun? Jetzt macht das auch alles einen Sinn. Er wusste, dass ich kommen würde. Er wusste, dass ich in seine Zeit kommen würde. Also beschloss sie, Folgendes zu tun.